Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Lukas an. Dieser hat über deinen Schritt zum Nichtraucher geschrieben, welches er mit 4,7 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Viele Menschen wissen nicht, wie man erfolgreich das Rauchen bewerten kann. In der Tat ist eine erfolgreiche Nikotinentwöhnung gar nicht so schwer, wie von vielen angenommen wird. Mit den richtigen psychologischen Kenntnissen, der Einhaltung verschiedener wichtiger Regeln und wenigen strukturierten Schritten kann jeder erfolgreich endlich Nichtraucher werden. Es ist an der Zeit, dass Menschen ohne viel Geld ausgeben zu müssen, endlich Nichtraucher werden und erfolgreich mit dem Rauchen aufhören können. Dank dieser Empfehlung habe auch ich es geschafft, obwohl ich schon jahrzehntelanger Raucher war. Vergessen Sie alles, was Sie bisher gehört, gelesen oder gesehen haben. Das primäre Ziel ist die Gesundheit durch das Beenden der Sucht zu steigern. Klar, Rauchen ist auch ein sehr teures Hobby, aber die Gesundheit ist das Wichtigste. Bei diesem Produkt handelt es sich zum Glück nicht um irgendwelche Chakka oder Hypnose-Methoden und es ist für jedermann geeignet, welcher seine Nikotinsucht ein Ende setzen will. Die vorgegebenen Handlungen sind auf die Alltagsgewohnheiten abgestimmt und somit die ideale Lösung im Kampf gegen den lästigen Zigarettenqualmen. Jeder kann damit die persönliche Rauchfreiheit erreichen und rundum zufrieden mit seinem Körper sein. Verlieren Sie also keine Zeit, sondern endlich die gesundheitsschädliche Sucht. Dieses Buch wird dir helfen, endlich Nichtraucher zu werden und zwar ohne irgendwelche Produkte wie Nichtraucher-Kaugummi, Nikotinpflaster oder Nikotinspray. Ich hatte leider schon sehr früh mit dem Rauchen begonnen. Durch den frühen Beginn mit dem Rauchen wird es im Erwachsenenalter leider immer schwerer damit aufzuhören. Das Umsteigen auf eine E-Zigarette ist das geringere Übel, jedoch ist das ausschädigend. Man sollte das Rauchen nicht schleichend beenden, sondern meine Empfehlung ist es, dies abrupt zu tun. Danach muss man sich erstmal mit den Entzugserscheinungen herumschlagen. Das ist aber keine allzu lange Zeit und dafür gibt es im Buch auch genug Tipps und Hilfsmittel, um das Verlangen zu minimieren. Ein weiterer Tipp von mir ist es, alle Raucherutensilien direkt zu entsorgen, wenn man ernsthaft plant, damit aufzuhören. Gründe mit dem Rauchen aufzuhören. Rauchen beeinträchtigt den Geschmackssinn und den Geruchssinn. Rauchen steigert das Risiko für Herz- und Lungekrankheiten. Man spart als Nichtraucher einen Haufen Geld und kann sich öfter mal was gönnen. Rauchen verursacht Raucheratem. Rauchen verschlechtert die Zähne. Zigaretten und Zigarettenqualm enthalten 3800 chemische Verbindungen. Einer der schlimmsten Folgen ist das Raucherwein. Seitdem ich endlich Nichtraucher bin, geht es mir um einiges besser und ich spare immens viel Geld. Wenn ich vor einiger Zeit noch eine längere Treppe nach oben gestiegen bin, fiel mir das Atmen sehr schwer. Heute laufe ich diese Treppe einfach. Es ist unglaublich, wie sich meine Ausdauer verbessert hat. Separat habe ich angefangen, einmal die Woche für 1,5 Stunden in das Fitnessstudio zu gehen und nun habe ich ordentliche Fortschritte gemacht und am Muskelmasse zugenommen. Es war die beste Entscheidung eines Lebens. Ich wünsche jedem nur das Beste für seine Gesundheit, denn Gesundheit ist das höchste Gut, was wir haben. Am besten du bringst deine Freunde und Verwandten auch dazu, endlich Nichtraucher zu werden, denn Passivrauchen stellt auch ein sehr großes gesundheitliches Risiko dar. Über 1200 Leute wurden durch dieses Produkt dazu gezwungen, den Glimmstecke den Rücken zu kehren. Also werde jetzt auch du endlich zum Nichtraucher. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de Vielen Dank.